hallo ich denke der server kann sich ja ganz schön drücken ja dann kommen die ich komme nicht auf die kiste jetzt ging es immer jetzt immer geht es ja warum und sag bloß nie du hast gedrückt weil ich hab nie gedrückt ich hab nie gedrückt ich hab doch was vergessen so ein dreht so ein schittendritt ich will doch bloß ein bisschen Wieso haben wir so viele Bücher? Keine Ahnung. Kartoffeln können weg. Gerste kann weg. Nee, kannst du nie. Das kann erstmal weg. Das haben wir noch. Wie heißt denn das gelohnt? Samen. Machen wir noch eine ganze Menge. Möhren habe ich auch noch genug. Das kommt gut. Gold brauchen wir. Hä? Was ist denn los? Bis jetzt habe ich es gerade nicht. Das kommt weg. Das kommt weg. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das lassen wir. Das lassen wir. Gut. Ach du fuhlst auch gerade ein Lager herum. Ich wundere mich gerade hier. Was kommt mit mir her und wenn? Also ich muss sagen, unsere Geisterbäume sind sowas von geil aus hier, der Durchgang. Also das war, das ist richtig geiler Zufall gewesen, wie die gepflanzt sind, beziehungsweise gekommen sind. Also die wurde ich auch so lassen, also nie abbauen. Das war richtig, das ist richtig ein guter Zufall, wie die gekommen sind. Das war richtig, das war richtig. Ja. Kannst du, hast du deinen Enderbeutel einstecken? Äh, nein. Okay. Wie denn, da haben wir doch letztens schon jemand losgekriegt. Ach ja, stimmt. Vor allem Ziegelsteine. Stimmt. Hast du deine Enderbeutel einstecken? Ja. Ja. Tust du mir eine Schaufel und eine Holzachst rein? Okay, Leben. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Was ist das? Oh, wie gut, wie gut. Sieh. Sieh gut und schlimm. Schmelzer. Hast du drin? Oh, sehr schön. Ja, den Berg muss ich dann wohl auffüllen. Doch. Okay, dann eben nicht. Guck mal, die Erde ist zu wenig. 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 Und dann eben nicht. Guck mal, die Erde ist zu wenig. Oh, ich glaube, das ist wirklich so schön. Guck mal, sieh. Du, 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 du So, das ist alles weg noch. Ich freue mich, warum ich die Schaufel genommen habe. Super cool, meine ganzen Tassen liegen hier. Und, kommst du gut voran, Dirk? Ich wusste gerade Holz. Komm hier hoch, hier kannst du Bäume abbauen. Hab schon, hab schon, Dirk. Was war denn das jetzt? Ja, auf Teele, auf Teele, was ist denn hier? Die Kiste ist schön. Oh, ja. Hast du keine bessere Axt gehabt, Dirk? Nein, du hast eine Holzachs verlangt. Jetzt kriegst du den hinten. Was? Habe ich echt eine Holzachs verlangt? Ja. Das nächste Mal nehme ich eine stärkere. Weil, mir ist es ja egal, dass es eine Holzachs ist, aber ich muss dort auf das Holz so lange einprügeln, ey, das ist ja gar nicht normal. Du wolltest eine Holzachs. Wollte ich echt eine Holzachs? Na gut, aber trotzdem. Ne, das nächste Mal nehme ich keine Holzachs. So lange wie ich dort auf das Holz drauf einprügeln muss, ey, der Baum weg ist. Dirk, erinnerst du dich noch, diese Energieart, diese RF-T, was war das? Ich glaube, das war der Redstone Flux. Nee, ist da, aber was war das? Tee, das war der Gampf, oder? Ne, ne, benötigt Redstone Flux zum Arbeiten. Was war Redstone Flux? Redstone Flux? Was ist das für eine Maschine? Äh, Redstone Oven. Redstone Flux? Ich verleg auch gerade, da hat man es schon gehabt, aber... Da brauchst du glaube ich einen Motor bloß dran machen, wenn das der ist. Nee, das funktioniert komischerweise nie. Redstone Oven. Redstone Flux. Was braucht der für eine Energie? RF oder was? Mhm. RF, T oder was? Warte mal, ich guck nochmal bei mir ein Lager, ich hab dann auch bestimmt ein paar andere Motoren irgendwo. Ach, einiges. Wer F ist, ist Dynamo-Full. Ach, hier der Dynamo. Joni, etwa der, der vorne so sinnlos rumsteht. Ich brauch welche, ich baue mal kurz vorne. Ohm, ab. Hey, unsere Trophäen. Ich baue ab. Hoffentlich brauchst du nie mehr als zwei. Okay, ich so burig. Meine Fahnen. Naja, ohne Scheiß, dort standen die Fahnen, müssten jetzt die Fahnen sein, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, naja, kann ich aber nicht ändern. Ich muss ja die IDs ändern, damit das meiste so passt. Es ist halt blöd, dass sich jetzt alles beißt. Zehn, elf, zwölf. Ist zu vier. Ja, stimmt, RF macht er. Das ging mit Dampf. Dampf hol ich von hier drüben. Hm. Drei mal drei? Wohre ich ein 3x3 Feld? So, jetzt brauch mal die Rohre. Wir haben Transporte. Bla 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 Rohre. Geht in der Pen? Äh, bei mir schlecht. Ich hab hier kein Bett unten. Dirk, du hast doch ein Bett in der Bahnhofstation. Er ist besetzt. Wasserrohr, Wasserrohr. Von wem? Würde ich nie sagen. Wer weiß, wenn er das schon wieder eingeladen hat. No. Wollen wir das unbedingt wissen, Dirk? Nein. Lieber nie. Okay. Ich muss doch die Erde aus dem Ding raus snacken. Und ich dachte... Und ich dachte, ich kann... Ich kann dir sogar noch was abgeben. Oh, du kriegst den Rest dann. Klotter, meine Name. Ich darf, hast du gesagt. Ich geh ins Bett. Danke. Danke. Müsste eigentlich reichen, du Alena. Hier. Ich brauche Rohre, 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 Rohre. Wasserrohr. Wasserrohr, Wasserrohr. Da haben wir sie. Tak, tak. Was willst du dir jetzt jetzt? Ich hab vergessen, wo ich hingehe. Du weißt denn immer, wo du bist, ne? Hm. Ich hab mir keinen Punkt gesetzt. Ah. Ich zieh mich nach. Ja. Siehst du ne lange Mauer? Ich steh grad nicht außer dem Gehirn. So, jetzt müssen wir da oben Dampf in die Bude kriegen. Ah. Hübsch wurde später gemacht. Hübsch ist anders. Ah. So, das sieht doch schon mal noch was aus. Hops. Eigentlich deaktivieren. Au. Ich weiß, ich bin die Spur. Ich weiß, ich bin die Spur. Ich hab das mal noch gedrückt und alles mit ner Fackel gemacht. Ja, ich bin die Spur. So, jetzt muss er haben. Ich brauche halt Dampf. Ah. Denkt jeder an sein Essen? Ja. Wissen. Ich menschne. Wie gut, dass du aufpasst. Ja, das hat man doch schon ein paar Mal, ne? Ja. Weil ich war jetzt grad so schön im Bauernweste. Ich hab einfach nie dran gedacht. Scher. Was ist? Ach, oh. Das ist doch nicht so. Wahnsinn. Ich bin bereit da. Haben wir was für. Und Ginko, bist du da? Ja.